Okay, und jetzt wollen wir die... Oh, nee. Was würde Jesus sagen? Ich warte mal schreiben. Nee, Jesus würde Petra schreiben. Nee, der würde... Nee, der würde sagen, er würde schreiben. Nee, der würde sagen, Personenkult ist scheiße. Achso. Warum wollt ihr denn, dass ich euch da raufschreibe? Ich kann euch ja was Schönes sagen. Ich bin jetzt zur Zeit im Studio und da kommt jetzt in einem Monat oder anderthalb Monaten meine neue Schallplatte raus. In deutscher Sprache. Das ist ja viel mehr wert, als ob ich jetzt schreibe. Ja, wäre mir. Nee. Ihr Auto kamst du jetzt auch bei? Nee, ich hab so was ja nicht bei. Ich bin total baff, dass ihr jetzt mich schreiben lassen wollt. Ja. Geht ihr denn in den Film rein oder seid ihr nur so vorbeigekommen? Könnt euch nicht leisten. Naja. Nee, schreiben kann ich nicht. Ich bin Klaustrophobiker. Ich hab dir doch schon rauf geküsst. Das ist doch... Da hast du meine DNA. Kannst du verkaufen? Ja. Danke, danke. Klaustrophobiker. TL. Lägen sind es aus.